DNA-Tests als Lösung der verfehlten Migrationspolitik der ÖVP. Die nächste Fehleinschätzung durch Bundeskanzler Karl Nehammer. Im Superwahljahr 2024 übt sich die Bundesregierung in Lösungskompetenz. DNA-Tests, um den Zuzug von Familienangehörigen zu regeln. Hierzu ein paar Fakten. Erstens, die Flüchtlinge bzw. der Familiennachzug befindet sich bereits auf unserem österreichischen Staatsgebiet. Zweitens, die echten Verwandten reichen bereits aus, um das Sozial- und Schulsystem zu springen. Und drittens, der enorme Personalaufwand würde nicht nur die angespannte Personalsituation, sondern auch ein weiteres Sicherheitsdebakel nach sich ziehen. Die Folgen einer verfehlten Migrationspolitik der Bundesregierung und der EU kann man nur mit einer starken Stimme für die FPÖ bekämpfen. Bauen wir gemeinsam eine sichere Zukunft mit der FPÖ. WDR er masturbsen würde nicht 100 once müssen. WDR, 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 WDR »banaf WDR, WDR, WDR WDR, 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 WDR